Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Geht da etwa was? Erst im vergangenen Monat gaben Stefan Mross, 47, und Anna-Karina Wojciak, 30, bekannt, dass ihre Ehe gescheitert ist. Vor wenigen Tagen machten dann Flirtgerüchte um den Sänger und Evelyn Burdecki, 34, die Runde. Die TV-Bekanntheit teilte Clips im Netz, in denen sie gemeinsam mit dem Schlagerstar zu sehen war. Doch was läuft da zwischen Stefan und der Blondine? Evelyn Burdecki klärte das jetzt auf. Im Interview mit RTL brachte die 34-Jährige Licht ins Dunkle. Gegenüber Frauke Ludowig, 58, gab die einstige Dschungelkamp-Teilnehmerin zu, dass sie gemeinsam mit dem Musiker unterwegs war. Wandeln sie etwa miteinander an? Wir sind nur Kollegen, stellte Evelyn lachend klar. Die Frage, ob es bei ihre... Hey guys, this is Gansham. Then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friends and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.